Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde PUBG mit mir. Mein Name ist Technics und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute ein Video, ein Clip, ja fast schon ein Film für euch, welches ich mit dem Programm HitFilm Express editiert und bearbeitet habe. Dieses Programm wurde mir freundlicherweise von einem Twitter-Follower empfohlen. Das war mein allererstes Mal mit diesem Video, also geht bitte etwas umsichtig mit mir um. Wenn es euch gefällt, schreibt es gerne in die Kommentare, lasst einen Daumen hoch da und wenn ihr mehr davon sehen wollt, dürft ihr natürlich auch gerne meinen Kanal abonnieren. Ich freue mich darüber sehr und hoffe, euch gefällt das Video. Ich wünsche euch nun viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.